Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Among Us. Wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da und kurze Info, ich würde jetzt gleich mit den anderen die neue GTA Heist aufnehmen. Das passende Video dazu kommt spätestens morgen oder übermorgen. Lasst euch da überraschen, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh krass, okay, das wäre ansonsten auch mega sick gewesen. So Leute, herzlich willkommen. Wir haben hier eine neue bunt gewürfelte Trubbe. Ich werde wahrscheinlich zwischen den Gruppen manchmal so ein bisschen hin und her wechseln. Mit dabei sind... Maxify, du kleiner grüner Goblin. Äh, mit dabei sind natürlich die... Neu dabei ist Rezo. Rezo, kennen vielleicht einige von euch. Ju ist heute auch wieder dabei. Und saftiges Gnu. Das hat sich so an der Gruppe ansonsten verändert. Aber mein Herz gilt natürlich immer noch. Mein superbestes Freund... Oh ne, da kommt Rezo. Jungs, jetzt macht nicht diesen. Nicht die arme Paletto. Hier haben Ursaft und ich mal richtig reingeschissen. Seismix. Oh nein, Ursaft. Warum denn der arme Junge? Das Ufo liegt unten rechts. Wer war unten rechts? Ja, wer ist denn mitgegangen? Freunde, Freunde, Freunde. Wenn ihr mir vertraut, machen wir daraus eine 10 Sekunden Runde, okay? Okay, du warst wieder an den... Äh, Paluten und Ursaft sind es. Überzeugt mich. So, aber warte. Ich kann ja den beiden hier scheinbar vertrauen. Ich bleib bei euch. Rezo, du machst das, Alter, du kleiner blauer Schlumpf. Ich guck mal ganz kurz, Admin. Ja, das klingt sowieso nichts. Ich kann das eh nicht alles lesen. Oh, da war Timmit. Ich guck einmal, ob jemand schon tot ist. Ne, alle noch am Leben. Hallo. Oh ne, Ursaft. Ursaft, du musst mich verteidigen. Ah, 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 ah. Mann. Oh, Ursaft, komm, ich bleib bei dir. Ich bleib bei dir, Weidels. Oh Gott, zwei tot. Ursaft, rein. Ich hab hier Gnu grad unten. Oh, Juu ist auch tot. Okay. Also Gnu war grad unten bei diesem Ding, wo man Simon Sells spielt. Beziehungsweise Admin Room lag die Leiche. Also sie kam aus dem Simon Sells. Warte mal, was, aber ganz kurz. Admin Room, ich versuch, Pfeiffer zu sein. Genau, Admin Room lag sie. Wieso? Kamst du nicht gerade aus der Richtung? Also Rezo, Paluten und Ursaft waren zusammen. Ja, wir waren zufried. Wir waren zusammen, aber in echt lange Zeit auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von den beiden... Boah, im Winter, wer war noch mal... Ja, weil Rezo hab ich nicht mehr gesehen. Ich hab ein paar... Ich hab vielleicht ein paar Informationen. Ich hab Rezo aus Admin laufen sehen. Ja, wir kamen zufrieden aus Admin. Leute, ich kann nicht voten. Ja, voten beginnt jetzt erst. Oh nein, ist das falsch. Komm, 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 komm. Ja, ist egal, wir skippen. Wir haben keine Ahnung, wer es war. Also es könnte halt Maxi sein, Leute. Maxi hat auch Gnu gesehen irgendwie. Aber niemand hat Maxi gesehen. Tut mir leid. Ich hab Gnu gar nicht gesehen. Ja, Maxi-Frei ist es. Das ergibt gar keinen Sinn. Nein, 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 nein. Oh nein, hier ist ja immer noch das Licht aus. Oh, Zapf, du bist der Einzige, dem ich vertraue. Weil jetzt... Sie laufen alle da, die Lights fixen. Dann läuft Paletto... Smart, wie er ist. Läuft dann eben ein bisschen nach unten. Ah, nee, ich muss hier hin. Oh, Lichter sind wieder... Oh, nee, oh, nee. Nein. Maxi-Frei, mach nicht diesen. Ich... Oh, Osap. Osap. Yeah, 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 yeah. Alles gut, komm, komm her nach unten. Komm her nach unten. Ich muss hier, ich muss hier ran. Sorry, Leute, ich will das noch mal erklären. Ich hab noch ein paar Fragen. Fufu, Cracker, waren unten. Ja, Rezo ist tot. Oh mein Gott. Ihr habt ihn doch beschuldigt. Warte, 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 warte. Ich möchte ausreden, bitte. Okay, ja, erzähl mal. Also, Fufu, du und Cracker waren hier unten in dem... Richtig, ja. Hast du auch gesehen, wie ich da hingelaufen bin? Von der rechten Seite zu euch? Nee. Ja, weil das Licht aus dem Arm. Wie konntest du sehen, dass ich von der rechten Seite... Hast du, nee, ich hab nicht gesehen. Weil du genau in uns reingelaufen bist. Ja, aber woher willst du wissen, ob ich von rechts oder von links kam, wenn alles dunkel ist? Ich hab halt gesehen, wie du von rechts aus diesem kleinen Mini-Lichtkegel, also in meinen Mini-Lichtkegel reingeraten bist. Ja, aber ich kann ja genauso von der linken Seite gekommen sein, man muss ja immer von... Ja, ja, natürlich, aber du kannst, du bist, ich wollte damit nur sagen, dass du, wenn du von links gekommen wärst, wirst du wahrscheinlich eher von unten in meinen Lichtkegel reingerannt und nicht von rechts. Also Palud, ich hatte nämlich irgendwie drei Aufgaben recht unten. Ja, ich hab dich ganz am Ende erst wieder gefunden, Osav. Da warst du da mit Maxify auch so ein bisschen. Also hast du gerade... Osav, hast du gerade Palud... Wollen wir noch ein Meeting machen einfach? Ich hab Palud noch ein Meeting machen. Nee, 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 nee. Palud hat nichts gemacht. Direkt am Anfang, von der Gruppe entfernen, von der Gruppe entfernen. Lauf, 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 lauf. Von der Gruppe entfernen. Aber warte, wem kann ich denn vertrauen? Nee, warum lauf denn alle Paletto hinterher? Maxify und Osav, mach jetzt nicht sowas. Nein, Maxify. Nein, ich hab dir vertraut. Wir haben so viele tolle Abenteuer. Wir sind doch... Wir sind ein super Team. Okay. Oh, nee. Ah, es sind viele da. Es sind viele da. Nee, aber da muss ich nicht hin. Ah, das ist so eine räudige Aufgabe hier unten. Hier bin ich das eine Mal auch draufgegangen. Weil man da... Ah, nee, das ist Bottle füllen. Die Aufgabe hatte ich noch nie. Junge, ich hab über 30 Folgen Among Us. Oh Gott. Das ist ein Horror. Okay. Das ist eine absolute Horror-Runde. Ja, ich hab da Fufu gefunden. Wo denn? Wo? Er lag vorm... Also ich stand am Admin-Table, bin wieder hochgegangen. Okay, es sind dann... Es sind hundertprozentig Maxi und Timmit. Wir müssen jetzt eh voten. Ja, es müssten Maxi und Timmit sein. Also ich war... Ich würde zuerst Timmit rausvoten und dann Maxi. Soll ich euch mal ganz kurz meine Logik sagen? Ja, sagen wir. Und zwar. Kombinations-Bots, bitte. Deswegen ist am Anfang... Also Kombinations-Bots jetzt. Also Paluten... Paluten und ich und Rezo waren am Anfang zusammen. Ja. Die können nicht Gnu umgebracht haben. Geh ich mal jetzt von außer Paluten. Die war es die ganze Zeit, glaube ich, zu dritt, weil ich ihn in den Camps gesehen habe. Außer Paluten hat sich kurz weggespeakten. Dann. Paluten war halt alleine... Winterquacker und Fufu waren zusammen. Und Fufu ist jetzt tot. Das heißt, die beiden können nicht zusammen Imposter gewesen sein. Das heißt, Winterquacker könnte den Kill auch nicht gemacht haben mit Gnu. Okay, ich muss sagen, ich finde Winterquacker immer noch verdächtig. Aber wenn ich ihn beschuldige, wäre er traurig. Deswegen... Timmit hat mich angeguckt mit ein Stück Fleisch. Timmit, das war Timmit. Als er mir vorbeigelaufen ist, heißt ich nur Timmit. Du hast mich so komisch angeguckt. Das war falsch. Mal schauen. Wir haben ja verloren, wenn es falsch war. Aber dann haben wir es schon verloren, wenn es falsch war. Aber was ist das denn jetzt? Ich muss dir trotzdem die Flasche machen. Usaft, ich muss dir vertrauen können. Oh, nee. Usaft, okay. Lauf, 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 lauf. Oh, nein. Sie wollen uns aufteilen. Ich laufe mit dir, Usaft. Es macht bestimmt auch jemand links, aber ich... Oh, da kam Kregger. Warum ist Kregger da nicht stinken? Ach, weil da Maudado ist. Scheiße, das sieht nicht gut aus. Okay, es ist aus. Ich habe noch eine Aufgabe. Aber die anderen haben kaum Aufgaben gemacht. Usaft, enttäuscht mich nicht. Wer ist es? Wer ist dieses kongeniale Mastermind? Was, du willst denn... Okay, ich würde mal sagen, es war nicht falsch. War schon mal richtig, ja. Wollen wir jetzt noch Maxi voten? Warum? Also warum? Ja. Usaft, könnte er wieder gleich noch immer noch voten. Auch ein bisschen Ungewalt, aber... Also ich glaube, Usaft schießt so hart immer nach anderen. Warum? Ja, da hat aber gerade jemanden richtig rausgeschlagen. Ja, es stimmt. Der Kombinationsboss hat vollkommen ins Schwarze getroffen. Also ich würde tatsächlich ausnahmsweise mal sagen, ey, wir haben gar keine... Haben wir Beweise, dass Maxi es ist? Nein. Sieht es kritisch aus? Ich habe legit gar nichts gemacht. Hätte jetzt alle anderen... Ich bin halt immer As-Taz. Auch wenn ich ein Crew-Mate bin, bin ich As-Taz und werde rausgevortet. Ja, wenigstens sagt das eine Mal nicht dein Impostanteam, dass das ist. Danke, Cracker. Warum sollten wir jetzt nicht voten? Wenn wir jetzt voten, haben wir halt ganz sicher einen raus und dann ist es halt... Genau, dann haben wir nicht die sehr blöde... Ihr seid schlauer als ich. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich drück auf Skip. Ich würde sagen, wir voten, Maxi, weil dann haben wir safe einen raus und haben garantiert nicht... Palud, hast du noch einen Knopf? Ja. Ja, dann drück dir mal, falls es Maxi nicht war. Okay. Aber ich skip. Ja, ist egal. Du hast nicht mehr geskipt, Palud. Ja, ich wollte. Aber ich hab auch nicht gewo... Ich hab nicht gewo... Ich hab hier nichts gemacht. Okay. Also... Leute, der Kombinations-Boss. Der Kombinations-Boss. Du, Mate. So, El Paleto ist wieder am Start. Ich bin gemutet. Ich mach einfach mal... Hallo, Manuel. Ich spiel grad eine Runde Among Us. Aber... Oh Gott, jetzt... Manuel, gerade geht das Licht aus. Ich freu mich schon, mit dir weiter Minecraft-Flucht aufzunehmen. Das wird richtig gut. Hier ist Osap. Drück mir die Daumen, dass ich das schaffe. Hast du grad eine Hose an? Das ist richtig dumm. Aber ich hatte einfach Bock, jetzt mal mit dir kurz... Kurz eine kleine WhatsApp zu schicken. Er wird sich wahrscheinlich denken... Ist der irgendwo dumm im Kopf? Ja. Oh, er hat's noch nicht mal gelesen. Er war aber um 15... 15 Uhr war er da. Oh, hier. Wintercracker. Komm hier. Komm. Ich zeig dir. Bitte, bring mich nicht um Wintercracker. Bring mich nicht um. Äh. Also, Fufu kann ich, glaube ich, vertrauen. Fufu, ich muss hier kurz irgendwas reinschießen. Oh mein Gott. Oh. Wer ist jetzt schon wieder tot? Oh nein, Osap. Ich weiß, wer es ist. Jesus, Harry Potter. Oh nein. Das muss Maxi sein. Ich hab's leider an den Camps gesehen. Es tut mir sehr leid. Und wer war's? Cracker. Oh oh. Cracker! 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 Also, ich hab... Es stimmt, ich hab Osap noch zuletzt gesehen, bevor das Licht ausgegangen ist. Ja. Kann ich sagen, wie es war. Ich war mit Wechsel in den Camps. Richtig? Ich sehe Osap an den Lifelines. Mhm. Osap lebt noch. Da hab ich ihn auch gesehen. Dann kann ich die Sache jetzt noch unterstützen, weil ich hab Cracker nämlich wenden sehen. Cracker! Du hast ja alles falsch gemacht. Hast du noch im Chat geschrieben, irgendwie, ich bin's? Das war natürlich jetzt eine ganz fruchtige Sache. So, ich vertrau Fufu, weil der hat hier... War ganz fruchtig. Fufu, ah, guck mal, da ist, äh, Senorizo. Und ich muss hier einmal ins Labor rein. Da nur einmal die Note completen. Und dann mach ich hier, genau. Fufu, sorry, ich muss hier... Weil ich bin wirklich hier gerade ganz vorne mit dabei. Wenn ich nicht Crewmate des Jahres werde, dann weiß ich auch nicht. So. Du musst... Oh, nein. Okay, es ist ja schlimm. Es ist ein Imposter ja schon draußen. Fufu, hast du hier was? Ne, ich, ich, ich hab hier ja nix. Ja, was machst du denn? Machst du eigentlich mal eine Task? Ich bin gleich tot. To, to. Wartet. Ich geh ganz kurz jetzt einmal hier. Admin, Red is dead. Oh ja, das ist ja rot. Ist rot nicht Rezo? Ich hab gerade Maudadus, sag ich hier gesehen. Ich wollte die reporten. Maudadus vor Electricity. Ich wollte gerade reporten, Paluten. Macht das einen Unterschied? Weil du weißt doch, wo er liegt. Ja, ich, ja. Stimmt, ich halte mal hier. Das Ding ist, Paluten, Jew und ich waren zusammen. Wir können es nicht gewesen sein. Maxi und Timmit haben die Ersten am Winter rausgehauen. Entweder ist es Maxi oder genug. Maxi hat mir nicht zugestimmt dabei. Ja, eben. Deswegen, entweder ist es Maxi oder genug. Ich muss sagen, ich war oft alleine, aber ich hab sonst niemand gesehen. Ich war aber auch öfter mal bei Maxi. Die einzigen, die ich gesehen habe, war dieser Batzen, der auf mich zugekommen ist. Maxi. Und Timmit hab ich gar nicht gesehen. Also ich hab jetzt so leichter Satz auf genug, weil sie es immer macht, wenn der Imposter-Mate rausgeworfen wird, zu 100 Prozent, dass sie dann nochmal drauf wird. Kennst du mich? Wenn ich Imposter bin, dann such ich mir immer Freunde, verdammt. Ja, du hast halt gesagt, dass Cracker gewendet ist, aber er ist nicht gewendet. Wir können uns doch eher laufen, jemanden brauchen. Ach so, ja, dann, wen machen wir denn jetzt? Cracker ist gewendet. Ich mach genug. Okay, ich vertrau meinem Kollegen. Cracker war wahrscheinlich Imposter, oder? Nee, nee, oh nein. Warum sollte ich Cracker wählen? Ich halt mich raus. Ja, aber Pfuhwo nicht, ey, enttäusch mir nicht, nicht, dass du das bist. Ich rufe den jetzt einfach an, mir ist das egal. Ihr Gesprächspartner. Was ist das denn? Zeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Ja, Menjel, ich habe dir gerade schon WhatsApp was gesagt. Ich bin hier gerade eine Runde Among Us, aber du antwortest mir nicht. Wie sieht das denn aus hier mit Minecraft-Flucht? Nehmen wir morgen noch auf? Ist da alles gut? Oh Gott, da geht schon wieder das Licht aus, Menjel. Ich laufe zum Lichter reparieren. Ich mache das hier. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Kuss auf die Nuss, antworte mir. Er hat es immer noch nicht gesehen. Ich rufe da jetzt nochmal an. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Ja, hallo Menjel. Ich bin es hier nochmal. Du, wie sieht das aus? Minecraft-Flucht? Ist gut? Wann nehmen wir das? Oh, hier geht schon wieder das Licht aus. Direkt in der Sekunde, wo ich eben schon mal, ich laufe wieder zum Licht, Menjel. Melde dich doch einfach mal. Ruf mich an. Du hast meine Nummer, ne? Tschüss. Oh, jetzt ist Emergency. Ich habe absolut nichts geschaut, aber ich weiß, dass zwei Tod sind dank den Lifelines. Ju, warum hast du so Angst vor mir? Ich beschütze dich. Ich habe so viel Angst vor dir. Ich beschütze dich, Ju. So viel Angst. Okay, ich wollte dich sagen, Ju, wir waren die ganze Zeit zusammen unterwegs. Du weißt, ich war es nicht, du warst es nicht. Wir sind schon mal raus. Und wer ist es denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Ich wollte die Leicht nicht suchen. Ich glaube, es ist Gnu. Ich hasse euch. Irgendwie hat niemand gefragt, was Palette gemacht hat. Ist Palette so unwichtig? Oh, Mann. Ich rufe jetzt nochmal Menjel an. Bist du? Menjel? Ich höre dich nicht. Aber die Sekunden gehen hoch. Hallo? Sagst du gerade? Oh Gott. Hier geht schon wieder das Licht aus. Sagst du irgendwas? Falls nicht, ich höre dich nicht. Schreib mir über Discord oder schreib mir eine Antwort auf meine WhatsApp. Küsschen. Aufs Nüsschen. Tschüss. Oh. Hände hoch. Was habt ihr immer gegen Weezo? Drew, hast du die Lichter ausgemacht? Nee, habe ich nicht. Ich habe nichts. Ich dachte, weil wir da standen, dass ich noch zu der zweiten Port mussten und dass wir das gleichzeitig machen müssen. Ach, Drew. Was war denn das für ein Amateur-Kill? Ich würde niemals Weezo töten. Die Leiche liegt halt wirklich in Elektrikel drinnen vor den Lichtern so gesehen. Also ich war in den Kameras aber ich habe nichts gewählt. Wir müssen vielleicht echt los aufgewiesen. Ich weiß nicht, ob es Drew ist. Gnu und Fufu waren weiter unten auf jeden Fall. Wir waren halt mega lange zusammen. Viele sind links ins Gebäude rein und dann glaube ich zu Licht. Ja, aber da muss es ja eigentlich Drew sein, weil Gnu und Maxi waren da unten dran. Ja, weil Drew ist am Ende gegangen, aber Paluten kam auch später dazu. Moment mal, ich habe die ganze Zeit nur Manuel in der Folge angerufen. Dreimal habe ich ihn angerufen, er ist nicht rangegangen. Oh, es war Osavs, hey. Also ich habe nichts gemacht. Oh, nee, 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 nee. Warte mal. Wo? Nee, 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 nee. Osav. Oh, nee. Osavs stand gerade. Direkt in diesem Moment. Oh mein Gott, Fufu, du kleiner Killer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä, das war doch gerade ein Meter von mir entfernt. Wir werfen Fufu raus und dann nach Osav. Das kann doch stimmen. Oh, Leute, was ist denn? Warte mal, warte mal. Maxi und Timmit, was ist jetzt los hier? Fufu hat nicht mehr gemacht. Ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, es ist weggelaufen. Oh, Fufu. Ja, das ist Fufu-Saft. Das ist Fufu-Saft. Okay, wenn es Fufu-Saft ist, ich vertraue euch. Fufu-Saft, safe. Ihr lacht jetzt, ihr habt mich, ihr habt mich verarscht. Nee, 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 ich lache nicht. Ich habe keinen Fall. Ich würde dich niemals verarschen. Ja, doch, würdest du. Nein, würde ich gar nicht. Ja, doch, du hast mich mal umgebracht. Ja, du bist 30 Mal. Ja, und? Oh, nee. Oh, was ist, ah, nein, Tim, wir können das jetzt nicht benutzen. Er muss nach da oben. Ich werde dich nicht verlassen, Maxi, frei. Ich werde dich nicht verlassen. Alles ist vergessen. Ich bleibe bei dir, du bleibst bei mir. Okay, jetzt lassen wir uns ganz schnell runterlaufen. Er wird Tim mit da drüben abschlachten. Es kann nur Ursache gewesen sein. Warum? Es kann nur Ursache gewesen sein. Ich habe es gesagt. Hast du nicht gerade Maxi gesehen, wie er? Ich weiß gar nicht, wer es wahr ist. Ich habe Maxi nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wenn ich dich gerade umgebracht habe. Ich habe Tim mit. Ja, Tim mit war es. Ja, gut. Osav, es ist vorbei. Ich habe absolutes Glück. Ich habe gesagt, das war Osav. Du hättest nicht mehr sein Klingel gemacht. Er hätte mich viel vorgehebt. Ja. Ich glaube, Osav viel zu sehr immer. Osav, deine Stimme ist einfach so viel mehr wert als die von einem normalen Menschen. Okay Leute, das war es mit der Folge von Among Us. Hier ist jetzt noch der Team Paluten Kanal. Hier sind Videos verlinkt. Schaut gerne in die Videobeschreibung, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.